hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin euch wie auf die jahr nach dem ticket und heute auf das spiel mythic heroes idol rpg viel spaß ok wir sind da hier ganz schöne kiste ganz schöne kiste ganz schöne haufen mit kisten und gold ich habe hier voll viel rote punkte ja die kiste öffnen und was ist das hier benutzen wofür keine ahnung da ist noch eine kiste da ist eine kiste wie viel habe ich denn davon zwei elite 6 bis 1 ach so ich muss erst noch so weit kommen brauche ich die ich glaube nicht warte mal das weiß ich nicht da warte ich lieber ein bisschen ab 14 1 kann ich die da hebe ich die mir die auch auf ja da habe ich noch kisten kann ich nicht benutzen ach immer ah hier 50 von 100 wenn ich 100 habe kann ich sie benutzen ok 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 das war es glaube ich das sind die ruhen tagesbuch erfolge was für erfolge habe ich denn heute starb geschlossen das staatschärfte deshalb ja seitdem das ist nur ok das war als wir wenn ich viel aber morgens die geburtstag ich habe geburtstag habe ich nein schade tag 18 beginnt in 15 stunden drei tage war ich online könnte vielleicht sein alles abholen alles löschen schon mal mitteilung alle löschen ok das ist denn hier in den laden und da ein kreuz die ganzen sachen abholen das dauert immer so lange oh nein 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 das ist video angucken mode shop neuling der wolf ich bin neuling perfekt eventzentrum ok da müssen wir auch jetzt nichts machen unser königreich überspringen überspringen ich habe 12 komm dann nehmen wir die 10 überspringen nichts neues dabei gehen wir weiter so ok beschwören da habe ich 35 1 2 3 und die nummer 3 und die nummer 3 ein neuer 8 und die nummer 3 zu sagen auch liver noch noch ein weiter da habe ich nichts ich habe nur 6 herzen Dann gehen wir hier hin, da habe ich 34, also wieder dreimal. Ah, ich muss mal aussuchen. Wenn ich gerne haben möchte, wahrscheinlich. Ich habe... Hmm. Der oder die sieht cool aus. Gefällt mir. Ja. Geier. Geier? Habe ich es glaube ich schon. Egal. Eins. Da. Und schon Geier gekriegt. Boah. Und kein Neu. Also, ich habe sie schon. So, ich gehe zurück. Wechseln. Wenn man jetzt... Hier die Zwillinge. Und das letzte Mal. Ne. Nicht dabei. Oh. Warum? Was habe ich denn da gekriegt? Ich habe es jetzt... Ich empfehle ich mir den Aros. Medusa. Habe ich schon. okay dann schauen wir uns die ganzen Helden an die wir mal gekriegt haben das ist ja ein ganzes Haufen voller Helden ich habe zwar nur einen neuen die anderen habe ich schon alle gehabt aber egal fangen wir mal da an verbessern Athena automatisch verbessern verbessern geht immer noch automatisch verbessern bestätigen okay ist ja was an dem Bild geändert der Rahmen ist ein bisschen breiter geworden oder das war's gehen wir zum nächsten Helden ähm Zeus hier kann ich ihn verbessern ich verbessere jetzt alle mal so weit dass ich ihn nicht mal kann dadurch werden wahrscheinlich andere Helden verschwinden aber egal ich sehe ja ich sehe mich noch einmal ich sehe mich und noch einmal genau okay jetzt geht er nicht mehr hier die habe ich noch herkules jetzt haben wir athena zeus herkules gleich haben wir die ganzen griechischen hoheiten sag ich jetzt mal nicht genügend helden das spiel ist ausgegangen ich habe noch nicht mal gespielt ok und dankeschön fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid bis dann wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen ja ja ja